Stehkurve, ich bin ein riesen Fan von Bratwurst. Leider sieht man es mittlerweile auch. Aber ich trinke keinen Alkohol, demnach geht es noch. Aber es ist schon cool, einfach normal das Gefühl zu spüren, wie es im Stadion ist. Ja, nichts Favorisiertes. Ich glaube, ein Ultra werde ich nicht. Ich liebe den Sport einfach und ich kann es aber eigentlich ganz gut trennen von meinem Privatleben. Von daher alles easy und gut so, wie es ist. Ja, ich glaube dann tendenziell eher Cash-Aktien. Das ist ein bisschen spekulativ und sehr gefährlich. Und der eine oder andere muss wahrscheinlich darunter leiden schon. Weder noch. Ich bin nicht der musikalischste. Ich höre ein ganz normales Radio. Damit bin ich zufrieden. Und ich kann auch kaum einen Text ausbänden. Von daher will man das auch nicht hören. Aber das ist nicht so meine Richtung. Ja, dann bin ich für das 4-4 tatsächlich. Egoistischer Stürmer. So ist es leider. Für mich wahrscheinlich eher der 30-Meter-Hammer. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, eben hochzukommen. Habe ich von mir selbst nicht gekannt. Aber ja, sah ganz gut aus. Leider war er nicht drin. Ich habe es ein zweites Mal versucht. Da hat man dann den Machen-Foul-Zerer von mir gesehen, der nicht getroffen worden ist. Ja, ich glaube, was das Auge angeht, ist es Messi. Aber ich glaube, das, was hinter Ronaldo steckt, ist schon eine Wucht. Man muss den Typen vielleicht nicht mögen. Aber was er dafür leistet, um so erfolgreich zu sein, was er dafür tut, in allen Ligen alles abzuräumen, das ist schon gewaltig einfach. Ich glaube dann, dass ich eher Gott. Ibrahimovic ist auch für mich ein Wahnsinnsfußballer, der auch viel geleistet hat. Aber sich zu vergleichen mit Gott ist schwer. Demnach bleibe ich dastehen lieber. Ja, wahrscheinlich eher die Sportbild. Gibt es mehr Bilder zu schauen. Ich lese keine Zeitung. Von daher, wenn jemand irgendwo im Flieger rumliegt, dann gucke ich schon mal kurz rein. Aber letztendlich bin ich Gott sei Dank so gepolt, dass ich sehr wenig lese, weil das einen doch sehr beeinflusst, wenn man Profifußballer war oder ist.